So, liebe Freunde, heute bin ich in Offenbacher Main. Ja, darf man gar nicht glauben. Hinter mir sehen wir eine Digitalanzeige. So, da ist jetzt gerade ein Radfahrer durchgefahren. Und wir sehen 2784 Radfahrer derzeit aktuell hier in Offenbach. Auf dem Boden befinden sich sogenannte Kontaktschwellen. Man sieht diese komischen Strichelchen. Ist ein Kunstwerk. In Offenbach ist alles ein Kunstwerk. So, wir wollen mal Zahlen manipulieren. Ich rolle jetzt mal über dieses Feld drüber. 2784 waren es. Mal gucken, hat sich die Zahl geändert? Frechheit. Hat sich nicht geändert. Also Offenbach macht Sodom und Gomorra. Wir werden jetzt aber diese Zahlen mal verändern. Und zwar fahre ich jetzt hier ein bisschen mit einer Hand hin und her. Jetzt kommt ein Radfahrer. Achtung. Wir sehen 2785. Das müssen wir jetzt auch mal ändern. Also, ich drehe jetzt gerade mal. So, 2785. Und da kommt der Frankfurter. Und wir haben 2786. So, das Ganze machen wir jetzt noch ein paar Mal. Jetzt kommt da noch eine Radfahrerin. Die sind mir hier im Weg. Ich will die Zahlen verändern. Ich? Oh, scheiße. Da kommen schon wieder zwei Radfahrer. So, also. Moment. Ein Blick. Aktuell. Die zwei blöden Radfahrer, die müssen wir dazu zählen. 2789. Und ich fahre drüber. 2790. Und noch ein Radfahrer. 2791. So, das ganze Spiel, das machen wir jetzt hier mal ein paar Mal. Immer schön im Kreis drehen. So. Und natürlich über die Kontaktschwelle. So. 2792. Hey, da hat er mich registriert. Wir schauen. Kontrollblick. Ja. 2792. Und dann war er wieder ein Radfahrer. Und noch eine. Du lieber Gott. Also, ich ändere mal die Zahlen noch ein bisschen mehr. So. Wir drehen noch mal. Schön die Zahlen verändern. Weil die Offenbarer sollen Zahlen haben. So. Hat er mich gezählt. Von 4,90 auf 95. Also, in dem Sinne, ne? Ja. Haben wir wieder was gelernt. Die Offenbacher haben Besucher bekommen durch mich. 6, 7 Mal im Kreis gefahren. Und die Offenbacher haben richtige Besucherzahlen. Das ist Wahnsinn. So. Und jetzt fahre ich aber Richtung Frankfurt. Weil Offenbach geht gar nicht. Als Frankfurter ist das absolutes No-Go. So. Ach, da fahren immer noch Radfahrer lang. Ja. Also, auch wenn hier irgendwo so halbwegs, sage ich mal, dass mein Ufer schön gemacht worden ist. Es ist und bleibt Offenbach. Also, in diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ja. Macht was draus. Morgens Feiertag. Geht Party machen. Oder was auch immer. Wie gesagt, ich habe die Offenbacher Besucherzahlen gesteigert. Das gibt Rekord. Lieber Offenbacher. Ihr habt Besucher. Also, in dem Sinne. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis demnächst.